Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Autohaus Preuß. Merken Sie sich doch schon mal den 4. November, denn an diesem Tag präsentieren wir Ihnen hier live im Seat Autohaus den neuen City Crossover der Marke Seat, den Seat Arona. Egal ob temperamentvoll, abenteuerlich, sportlich oder einfach nur entspannt, dieses Fahrzeug ist das absolute Highlight der Marke Seat im Jahr 2017. Der Arona ist ab sofort bestellbar, die Kataloge sind da. Kommen Sie vorbei, Ihr Team vom Autohaus Preuß, Ihr Seat Partner in Wismar. Jetzt Probefahren beim Autohaus Preuß in Wismar am kleinen Stadtfeld 2.